Das wär's super neu Ja, das... Und ich weiß nicht, Nifty ist glaube ich raus, wenn wir den noch jeden... Pult einfach ist egal Da ist es nicht da Ja, ist auf 26 gescaled Denkt dran, ihr müsst jetzt auch die Meteor... Bringt die mal nach außen Müsst ihr auch geschlossen werden Muss man jetzt die Laser reinziehen schon? Ja, musst du Ja, muss Also ich hätte euch da manchmal immer nebenein so ein bisschen Kann man die in wissen? Nee, dann geht ihr doch direkt auf den nächsten über Ja, das meine ich ja So, ihr seid hier zu zweit, einer muss rüber gehen Einer muss rüber Eiko geht rüber Am besten wir legen die alle ineinander ab oder so, oder? Ja, eigentlich sollte man die alle auf eine Seite ablegen Frontal dodgen ist aber... Die Flächen Ja, wir müssen irgendwann mal gucken Oder gehen die weg? Korpus und Sander Wir müssen vielleicht noch ein bisschen Tierschaffen Nach hinten Nach hinten Einer mehr ne? Okay, dann geht halt rechts Ja toll Ich will wieder auf den Deg Ich will wieder auf den Deg Äh, Pritschen läuft irgendwo in dem Ding Hö, das hilft! Das ist eigentlich ganz mal so geil Das ist die falsche Bodenfläche Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt annehmen soll Ich mache eh gar keinen Schaden Wir haben jetzt auch schon eine Portale Das wird halt interessant Ich glaube, das ist nicht wichtig, oder? Ich glaube, das ist nicht wichtig, oder? Weiß ich jetzt nicht Wird das jetzt auch mehr wichtig? Wenn wir irgendwann da rausfinden, glaube ich Das weiß ich nicht Ja, das ist ein bisschen mehr Schaden Aber es geht noch Pass auf, es kommen jetzt neue Beams Ich halte die da durch Ich glaube, Eagle holt du den hinteren Das ist gut Wir dürfen sich eigentlich auch nicht kreuzen Äh, die hat eine Menge geklaut Ich glaube, die dürfen die nicht kreuzen Hartz ist egal Ja, okay Ich will jetzt schon lange krachen, weil da alles voll ist Ja, ja, ja Ja, gut, aber da musst du das alle kollegierte ablegen, oder? Da wurden drei Dinger geklaut, ich will Max gilt Könnt ihr die vielleicht links ablegen jetzt? Normalerweise, was ich jetzt gesehen hatte, ist, dass man auf einer Seite vom Boss startet Immer hinterm Boss ablegt, wenn der Boss schon so langsam quer durch den Raum zieht Ja, es werden immer mehr Ja, es werden immer mehr, ja Naja, wir haben drei Phasen Genau, Laser kommen jetzt wieder Dann kriegen wir mehr Aufpassen Seid nicht so ein Clown wie ich und bleibt drinnen stehen Geht der nicht auf viele? Ja, links aufpassen Ich glaub, der geht nicht auf viele Ich wollte es dabei, guck auch grad die Gans schon Seid schon, also es ist Ich hatte es auf Normal einmal, glaub ich Obwohl Ja, aber da war alles verpackt Ja, aber da war alles verpackt Beim PT, ja Powershare der ganz links Powershare der ganz links ist ein Portal Da kannst du reinlaufen Da kannst du reinlaufen Ich komm aber auch jetzt neue Ich glaub da geht auf jemand anderen Oh, da hätten wir doch eben keinen frei gehabt, oder? Ja, nein, frei? Hast du nicht immer gesagt, wir haben auch eine Portale? Ja, stimmt das recht Ja, da kann man ja einfach anken, ne? Das ist ja dann übel Any Trinkets? Und schmutz? Boah, hier droppt jetzt nicht die Trinkets, ne? Das ist krank Ich kann mir erzählen Was gut ist Was gut ist, by the way, im Haft Was gut ist